Also, ich nehme mal an, hier in diesem Wrack ist er drin, ja? Nein. Nein. Wenn du den schon geholt hast, warum... Achso... Ich wollte euch suchen lassen. Samson mag es nicht zu spoilern. Samson ist mir scheißegal, aber hier ist doch noch ein Wrack. Du laberst doch scheiße, es ist ja wohl in dem Wrack drin. Nein. Wir sind einfach so weit unten wie es geht. Wobei, da ist immer noch ein Wrack. Vielleicht zählt das nicht als Wrack. Ah, jetzt wahrscheinlich meinte die Höhle hier. Gibt's denn da runter? Ja, hier ist halt so eine riesige... Komm schon wieder an wie deine Mutter letzte Nacht. Was soll das? Ich hab keine Bananen, ich glaub... Das ist ein echt langer Tunnel. Ja. Ach. Uff, uff. Bin ich einfach mal auf dem Schiff, äh, zurückgespawnt. Ah, hast du verpackt? Ja, ich hab mich verpackt. Gott. Hab ich viel gar nicht gemacht. Dirk? Ist hier... Ist hier was? Ich weiß nicht. Da ist er doch. Da ist er doch. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Das muss man sich hier draufsetzen, glaub ich. Also mit Emote setzen. Ja, dann mach mal. Yay. Blobigung freigeschaltet. Das musst du auch an, Dick. Du füllst das Ding auf jeden Fall gut aus. Oh yes. Das war's. Also meine, meine... Obwohl, nee, das geht nicht. Jetzt muss jeder da drauf, ne? Scheiße. Sonst hätte ich gesagt, wenn nur einer hätte drauf gemusst, aber wir müssen alle da drauf. Bist du doch? Wenn der erste richtig fliegt, dann haben wir's doch. Nee. Das werden wir auch noch drauf. Halt. Ich glaube, das passt, Freunde. Ja, passt. So, kommt hoch. Also, die müsste passen. Jetzt nicht mehr bewegen. Ich hab's nicht bewegen. NAZI! Das war so einfach. Hatte doch... Du machst die VPN auf und wundert dich das so aus. Okay. So, okay. Also, die ganz links, ja? Und einfach schießen, ja? Wiii! Oh, perfekt. Ich bin auch gehofft, nicht gleich da. Ich hätte dir ja geholfen, aber... Ich hab nur... Ich hab nur drei Skelette miteinander kämpfen sehen. XDDDD Hallo! Hallo! Warte, wie hat der's geschafft hier? Der ist... Ach, wie war denn? Der ist von oben, ha? Genau. Was? Wo? Wo? IC IC. Vom... Vom Mast, oder was? Ja. Ja. Warte, 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 warte. Nein! Nein! Weil du alle schaffst hast. Nur meine Crew verkackt dir zweimal. Deine Crew! DEINE CREW! Ja. Fuck you. Das ist Kapitän Simon, kannst du sonst noch rum. Hey, bewegt dich! WTF? Er steht im Weg. Ja. Deshalb bin ich auch gerade abgeschmatzt. Hallo? Ja. 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 Ähm... Should we do the other, ähm... Did it? Ähm... Here I sit. Where you need another crew. Trip Thrones. Vielleicht hätte ich auch eine niedrige Welle. Ich hab nicht drauf geachtet. Hast du höher? Ja, ja. Das sieht gut aus... Ja, passt. Hast du dich denn schon geschossen, bevor ich sage, dass es gut aussieht? Und die letzten acht. Passt alle da? Passt. Okay. Ah. Don't, don't, don't move the cannon if it's a range ride. Heißt nicht, glaube ich muss nochmal wieder runter. Er hat's auch geschafft. Mit welcher? Ganz rechts. Da kommt der dicke Mann. Wir müssen ein bisschen gegenlenken, Freunde. It's perfect. Ganz rechts? Oder welche? Ganz rechts, ja nein. Ganz rechts, ja. Irgendwer redet da mit mir. Ich muss ihm mal eben antworten. Könnt ihr mal kurz in die Fresse halten? Ja, wo ist denn unser Franzose? Ja, der versucht es gerade. Nee, der Franzose ist doch da, oder? Ja, Guido, ist er nicht da? Nee, ist er nicht. Ja, es ist nur zwei Mates, mit dem. One of you, please, on the throne. One of you, please, on the throne. One of you, please, on the throne. Hallo. Ah, thanks. Thanks. Yeah, you, but me, no. Nice, thank you. Um, our, on the last call. You're welcome. Next, next island is Shipwreck Bay. I'm sitting on there. A little bit on the right. Ah, it's easy, guys, it's not going to go on the right side. Can you stay on the with me? Well, if you're on the second, I don't know. That's not, it's not far enough right. How did you get there? You're just on the front of the hotel. Ah, if you go to the back of the galleon, then just walk up the rocks and then do a sword land. Also, die sind über einen Dings rübergegangen, da, wo, ähm, rübergesprungen mit, mit so'n Säbeltrick. Und wo? Ja, von da, wo Kups grad steht. Das hat sie auch grad erklärt. Also doch, wo muss man denn da? Ich bin doch unten an dem Fuß, quasi. Äh, wo ist, hier ist doch gar kein Aufgang, nicht blöd? Ich bin doch gar kein Aufgang. Ich bin doch gar kein Aufgang. Wie war ich? Hier? 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 Ja, dann? Dann gehst du hier hin. Ach du scheiße, okay. Fick deine. Wo seid ihr? Hier? Kommt für Generation? Ja, ich komme. Wo bist du? Im Fluchen. Have you all done it, you guys? Auf dem Deck, oder? I'm just one of missing, I guess. Two. Äh, watch out. I'm coming. Don't... Launch, launch to the throne. Du kannst auch Deutsch mit mir reden. Ich schieße jetzt so lange Schweine bis hier. Du musst mit ihm sitzen sitzen. Da. Dirk, wo bist du? Ich bin... ich war falsch. Oh, auf Darkseid, komm. Halt so ab. Meinst du, dass wir da so weit abfallen? Ja, okay, wenn man das so macht, wie sieht man schon. Vielleicht ein Ticken höher. Äh, Shen, schieß mich mal. Ja. Ich mach mal erstmal Anker, dass wir... Ja, bin drauf. Perfekt. Hält der schon. Und schieß euch hoch. Na dann, ich vertrau dir mal. Bisschen höher. Bisschen höher, glaub ich. Ja, so. Oh, oh. Oh, das war klapp. Oh, just. Ja. Uh, das war vielleicht ein bisschen hoch. Ne, passt, oder? Almost. That was very close. No, that's not. No. Hör mit aufs kommt ein Foto. Ruhig mal zu hoch. That it. Richtig. Wenn ich wieder... No! Der ist jetzt nicht abgehauen, oder? Mhm. Noch nicht. Aber er ist auf Weg, natürlich. Der will doch jetzt nicht wirklich zu dem Skelett vor. Ähm. At least only two guys to get up here. You'll find the mother, so. Ich fliege mal rechts, ne, links drauf vorbei. Ey, jetzt komm, ey, das macht die Mutter auch nicht mit. Die, die, die... Ja, da ist sie viel zu anständig für. Das sind Franzosen, das kannst du nicht sagen, mit Sicherheit. Die nicht. Das sind Engländer. Achso. Dann ist okay. Das ist viel Engländer. Die sagen Banane. Ja. Also sie haben gesagt, ihr sollt euch schon losgehen, vielleicht ein bisschen höher nach links. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Du sagst du. Ich hel... Ich hel... Ich hel... Ist das der letzte? Ja. Oder ist das der letzte? Ja. Okay, cool. Ja, ich will es euch erklären. Bitte warte hier. Ähm, so... Der letzte von uns bekommt das Erschirm. Sag mal... Oh, ähm... So, ah... Warte, ich esse dich an. Okay, let me explain it. Ich fliege immer länger. Okay, also, uhm, es gibt so ganz oben und es gibt so ein ganz unten. Aber die Welle ist nicht, dass die hoch und runter geht, sondern es ist so, dass sie hoch, hoch, runter, hoch, dann mal wieder runter, runter, runter und... Und irgendwo da ganz zwischen oben und wenn du ganz unten bist, dann siehst du unten, das meinte er mit Daumenbreit, ganz viel von diesen... von diesem Felsen noch übrig. und davon musst du so ungefähr ich sag mal so 20% vom Maximum unten wegnehmen wenn du das siehst, dann schießen